Vor einiger Zeit hatte ich so ein kleines Video gemacht, wo ich ein bisschen unzufrieden war. Einige von euch konnten da sogar relaten. Andere fühlten sich durch mein Video wiederum persönlich angegriffen und das ist mir super egal. Heute wollte ich mit euch einmal die Mythic Items durchgehen, die uns dank dieses großartigen Item Reworks nun schon etwa anderthalb Jahre begleiten. Bevor ich aber wieder alles schlecht rede, wollte ich mich nochmal positiv äußern. Das Durability Update von 12.10 war ganz gut. Ich meine, okay, danach wurden innerhalb von 4 Patches fast 30 Champions straight up im Damage wieder gebufft, aber wird schon seine Notwendigkeit gehabt haben. Gut, das haben wir. Kommen wir zu den Items. Für die Preseason 2021 haben Riot Games versprochen, das letzte Urgestein von League of Legends neu zu machen, nämlich die Items. Dabei hatte Riot uns einige Ziele am Anfang mitgeteilt. Einmal Healing und Grievous Wounds, was jetzt ein bisschen out of scope für das Video hier ist. Dann das Ersetzen von Cooler Reduction durch Ability Haste, was meiner Meinung nach ein wirklich guter Change war. Und dann noch, wie Tenacity funktionieren soll. Warum Riot da beim Item Rework drüber redet, weiß ich nicht genau. Die ganze Tenacity liegt ja eh in den Ruhen. Ach ja, und die Jungle Items sollten wie die Support Items funktionieren, was übrigens auch ein sehr guter Change war. Naja, jetzt zum Problemkind. Wir haben Mythic Items bekommen. Eine stärkere Variante bisheriger Items, die mit dem Item Build zusammen stärker werden. Das sollte die Build-Vielfalt stärken. Aber funktioniert hat das gerade aufgrund des teilweise schlechten Balancings in der Vergangenheit eher mittel. Look at you, Gore Drinker. Naja. Da das aber schon nach wenigen Monaten gefixt wurde, beschäftige ich mich heute nur damit, was mich persönlich am System Mythic Items stört. Und das sind zwei Dinge. Erstens finde ich, Mythic Items sollten die Basis des Item Builds bilden, die dann durch Legendary Items in eine Richtung gelenkt werden. Aktuell habe ich eher das Gefühl, dass es andersrum ist. Also das Mythic Items ist mit Abstand das wichtigste Item. Und dann holt man sich halt noch ein paar Legendaries mit gleichen Stats dazu. Der zweite Punkt ist, dass Mythic Items meiner Meinung nach viel zu oft die Universallösung für jede Situation sind. Was ich genau damit meine, schauen wir uns jetzt einmal an. Beginnen wir mit den AD Carry Mythics. Hier muss jeder AD Carry grundsätzlich erstmal einen Noon Quiver bauen. Daraus baut man sich entweder einen Krakenslayer für maximales Attack Speed oder mit dem exakt selben Build Path ein Gale Force. Zehn Jahre lang gab es einen guten Grund, dass bestimmte AD Carries immobil sind. Aber jetzt kriegt man plötzlich eine aktive Fähigkeit, die es einem auf hoher Range ermöglicht, sich komplett neu zu positionieren. Und darüber hinaus auch noch als AD Champ plötzlich 400 magischen Schaden verursacht. Warum? Dann kommt die Immortal Shield Bow und hier wird es wild. Immortal Shield Bow wird im Spiel mit Survive Burst beschrieben. Dieses Item ist also dafür da zu überleben. Für den Sustain ist auch Lifesteal mit dabei. Passt soweit zusammen. Die Mythic Passive gibt Leben. Auch damit kann man Burst besser überleben. Aber Moment, warum gibt Immortal Shield Bow denn zusätzlich AD in der Mythic Passive? Und warum zur Hölle kriegt ihr durch den Schild-Proc der Passiven noch mehr AD? Dieses Survive Burst Item gibt euch bis zu 105 AD. Das eigentlich stärkste AD Item ist Infinity Edge mit 70 AD. Das Survive Burst Item liegt da also 35 AD drüber. Und genau diese Items, die irgendwie ihrem eigentlichen Konzept widersprechen, die stören mich. Die Mana Mage Mythics werden alle mit Lost Chapter gebaut. Hier haben wir Ludens als pures Damage Item gelabelt mit Burst Damage, was definitiv zur Passiven und zur Mythic Passiven passt. Leandries soll ein Anti-Tank Item sein. Zu Passiven passt es theoretisch. Die Mythic Passive gibt Ability Haste. Niemand, also wirklich niemand, kauft sich ein Leandries, weil die Gegner Tanky sind. Sondern, weil es zu eurem Kit passt. Ihr werdet auf Brand, Malsaha, Morgana oder Swain immer ein Leandries sehen, völlig egal wie Tanky das Gegnerteam ist. Malsaha hat auf Ludens eine Pickrate von 1,6%. 96% auf Leandries. Selbst wenn die Gegner 5 Yumis hätten, würde sich Malsaha das Anti-Tank Item holen. Everfrost gibt 10 AP weniger als die anderen beiden. Dafür in der Mythic Passive aber wieder 10 AP. Also eigentlich mehr als die anderen beiden Items. Und dazu noch Leben. Mit der Aktiven kriegt ihr einen 1,5 Sekunden HCC. Und selbst wenn der verfehlt, ist es immer noch ein 65% Slow. Weiß ich nicht. Als relativ neues Item gibt es jetzt auch die Crown, wo wir wieder den Immortal Shield Bow Effekt haben. Das Item ist mit Defense gelabelt, was auch die Passive mit Damage Reduction und die Mythic Passive mit Lauftempo zeigen. Aber dann wird es wieder wild. Auch hier kriegt ihr wieder zusätzliches AP in der Mythic Passive. Und die Safeguard Passive gibt euch ebenfalls AP. Ihr bekommt von diesem Item also bis zu 132 AP. Also 12 mehr als Rabadons. Dennoch ist das Item shit, denn also wirklich niemand baut es. Am ehesten noch Rice und Kazadin mit 18%. Aber beide bauen trotzdem eher Everfrost. Ob es das jetzt besser oder trauriger macht, weiß ich nicht. Die AP Mythics ohne Mana skippe ich mal. Die sind im Prinzip in sich schlüssig. Die Ardi Bruiser Items sind einfach nur Unbalanced, beziehungsweise waren es zumindest. Wie es aktuell aussieht, weiß ich gar nicht genau. Aber Divine Sundera kriegt hier nochmal eine Honorable Mention. Mit prozentualer Armor. Und Magic Pen. Auf dem Ardi Mythic. Das ist einfach wild. Es ist so wild, dass das das Core Item für Katharina, einem AP Assassin ist. Beziehungsweise war. Assassin Mythics sind im Grunde alle dieselben. Abgesehen davon, dass Unsichtbarkeit auf einem Item extrem toxic ist. Und dass Prawlers eine tolle Option für Sion ist. Dann könnte man sich natürlich noch fragen, warum Eclipse prozentual Armor Pen gibt, wenn Assassinen gar nicht dafür konzipiert sind, Tanks zu töten. Aber immerhin passt es zu eigentlichen Passiven, die Max Health Damage macht. Tank Mythics sind das Unkreativste, was ich in LoL seit langem gesehen habe. Man hatte die Wahl zwischen drei Versionen von Sunfire Cape, denen man einfach noch einen anderen bestehenden Effekt dazu gegeben hat. Wobei die Chemtech Passive inzwischen ja keinen Burn mehr hat, sondern immer bei 100 Stacks einmal mehr Schaden macht. Und Tanks waren wahrscheinlich auch irgendwie der Punkt, an dem Riot gemerkt haben muss, dass das Prinzip Mythic Items hier gar nicht so richtig gut anwendbar ist. Denn auch wenn das Gegnerteam 100% AD Schaden hat, bin ich als Tank dazu gezwungen, mir ein 0 Magie Mantel zu kaufen. Da jedes Tank Item ja gezwungenermaßen Rüstung und Magieresistenz haben muss. Aber das willst du machen. Darüber hinaus macht Sunfire Aegis viel zu viel Schaden für den Tank oder für Diana und in den meisten Spielen sogar am meisten Schaden von allen Mythics. Ich habe schon oft genug am Ende einer Runde irgendwie 7000 Schaden auf Sunfire gesehen, während pure Damage Items wie Ludens oder Krakenslayer im besten Fall halb so viel Schaden gemacht haben. Support Mythics sind eher so Mittel. Tank Supporter hatten ein Jahr lang die Wahl zwischen Locket. Das war's. Jetzt gibt es immerhin auch Even Shroud, was aber inzwischen glaube ich auch schon wieder genervt wurde. Keine Ahnung. Ich spiele keine Supporter. Imperial Mandate war vor einem Jahr kurzzeitig etwas stark. Inzwischen bauen es von 43 aktuell auf Support gespielten Champions einer, nämlich Nami und vielleicht AP Ash. Das liegt natürlich daran, dass Spell Thieves Edge viel zu schnell viel zu viel Gold generiert und sich jeder AP Supporter grundsätzlich ein richtiges AP Mythic wie Liandris oder Ludens holt. Shurelias ist nicht neu und Moonstone Renewer hat eine unsatisfying intransparente Passive. Allerdings als einziges Item eine Mythic Passive, wie ich sie mir vorstelle. Denn hier wird tatsächlich der eigentliche Effekt des Items verstärkt. So, jetzt sind wir an der Stelle im Video angekommen, wo ich euch eigentlich ein eigenes Konzept zeigen wollte. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, ich habe viel Zeit investiert und wollte mir eine Itemization ausdenken, die meiner Meinung nach zumindest im eigenen Konzept schlüssig ist und wo Mythic Items klare Trade-offs haben. Seitdem ist einige Zeit vergangen, ja, ich wollte das Video vielleicht schon vor 6 Monaten machen. Allerdings habe ich meine Meinung nochmal geändert. Ich glaube, ich möchte keine Mythic Items im Spiel haben. Nach viel Gerede ist mein Fazit, glaube ich einfach, ich möchte das Konzept Mythic Items nicht haben. Wir haben damit jetzt anderthalb Jahre lang gespielt und ich persönlich habe überhaupt nicht das Empfinden, dass Mythic Items zu Build-Traverse die beigetragen haben, sondern mal wieder dazu geführt haben, dass das Spiel noch überladener ist und es von allem zu viel gibt. Früher konnte man als Mage mit einem Full-Damage-Build vergleichbar einfach die 1000 AP erreichen und sein Kit damit so stark machen, dass man die Gegner damit vernichtet hat. Heute kommt man eher so auf 600 AP, aber macht genauso viel Schaden wie früher. Einfach weil der ganze Schaden jetzt auf Runen und Items liegt. Auch hier nochmal, ja, das Durability Update von 12.10 hat geholfen, aber das ändert nichts an meiner Meinung zum schlechten Design der Items. Ich könnte ja auch nochmal mit Legendary Items weitermachen und mal in Frage stellen, warum Death Stance das stärkste Tank-Item ist und nicht ein Tank-Item das stärkste Tank-Item ist. Death Stance hat übrigens quasi 100% Pick-Crit auf jedem Fighter. Mit den einzigen Ausnahmen auf Gang-Playing, Yi und Trinder, die alle Crit bauen. Woli, der da was komplett eigenes baut und Warwick, der aber halt eigentlich Tank baut. Arthrox, Belweth, Kamil, Fiora, Na, Hecarim, Ilau, Irelia, J4, Jax, Cain, Kled, Lee Sin, Nocturne, Olaf, Pantheon, Rek'Sai, Renekton, Riven, Zed, Truandle, Wei, Viego, Wukong, Sinzao, Yasuo, Yone. Jeder von denen baut Death Stance. Und ja, es gibt auch andere Items, die auf fast allen Charms einer Klasse gebaut werden, wie Infinity Edge of AD Carries oder Rabadons of Mages. Aber das sind pure Damage Items, die dein Build abrunden sollen, wohingegen Death Stance dir einfach 30% weniger Schaden gibt, die ja bei Takedown nicht einfach nur verschwinden, sondern dich ja auch gleichzeitig um ein paar 100 HP heilen. Es ist einfach nur wild. Oder warum Shadow Flame ein Anti-Shield-Item mit 100 HP ebenfalls 200 Leben geben muss. Und übrigens, wie Leandries auch immer gekauft wird, egal ob im Gegnerteam Shield sind. Aber es wird leuchtend den Rahmen sprengen. Naja, guti, das war nur meine Meinung. Vielleicht seid ihr mit dem Item-Rework ja auch super zufrieden. Lasst es mich gern in den Kommentaren wissen. Tschüss! Tschüss!